Musik Wir sind überzeugt davon, dass es eine gute Tagung mit interessanten Events werden wird. Der berüchtigte Salzburger Schnürlregen blieb uns gestern beim Begrüßungsabend im Stielkeller erspart. Und dies soll das Schild von Österreich ist, wenn Sie weltweit irgendwo herumkommen und sagen Austria und werden nicht sofort mit Australia verwechselt. Eine Freude und für uns eine Anerkennung auch, dass Sie uns hier heute beehren mit über 600 Teilnehmern. Herzlich willkommen hier in Salzburg bei unserer Dachtagung. Applaus Ich bin nicht in die Politik eingestiegen, sondern ich habe gesagt, ich möchte es wissen. Und habe ich der Wissenschaft in diesen Fächern gewinnt. Ich habe intelligente Programme geschrieben. Und wenn ich an die Werkstoffdaten komme, das war eines unserer Hauptthemen in Zürich. Ja, welche Daten nehme ich aus dem Werkstoff raus? Wie kann ich mit diesen Daten in die Konstruktion hinein? Dann haben wir den einfachen Zugversuch. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Tagung, gute Gespräche und hoffentlich auch ein wenig Zeit, diese wunderschöne Stadt Salzburg zu erkunden und zu genießen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Die Möglichkeit mehr als ungefähr 600 Kilometerstunde erreicht hat. In diesem Kreis ist es völlig unnötig zu erklären, was für eine Ingenieurleistung, was für Qualitätskontrolle, was für ZFP hinter dieser Leistung besteht. Seit ein paar Jahren eingeführt und hofft. Ich habe den großen Vorteil, dass ich keine Ahnung habe von dem, die wir hier gesprochen haben. Und dann hat er eine Konferenz. Alles klar. Und dann hat er eine Konferenz. Das ist nicht so. Ich bin ganz schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Frauen wieder schmalen. Ich kann mir das aussehen. Ich kann mich eher als Fasern, die wir hier haben. Der Eröffnungsbank ist dann gut erklärt, was die Idee der Arbeit ist. Ja, was ist Schauspiel in der Schauspielungsanalyse? Die Idee der Eröffnungsbank ist in der Schauspielungsanalyse und in der Schauspielungsanalyse und in der Schauspielungsanalyse. Für die Idee der Eröffnungsbank ist eine große Herausforderung für die Eröffnungsbank, die Eröffnungsbank ist in der Schauspielungsanalyse. Wir haben in einer Genauigkeit von einer Rennlänge hier vorliegen, wenn wir in einer Rennstelle ein zweidimensionales Erheilung oder wieder 64,5 km. Damit können wir aus der 64 Elemente ein Millimeter Pitch. Und wir haben es vorher in einem Vortrag schon gehört, da gibt es eine Reaktion, wenn es sinnvoll ausfällt. Das heißt, wir müssen z.B. eine Pasta mit zur Anführung des Erstens übergeben. Wir sehen hier eine U-Fördüge von einer BT-Anlage. Wir fördern von A in 1, wir haben ein Taubbecken. Wir haben eine Rennstelle, die wir in der Rennstelle sprechen können. Wir haben eine Rennstelle, die wir in der Rennstelle sind, die wir in die Grenze gegangen sind. Wir haben eine Rennstelle, die wir in der Rennstelle sind, die wir in der Rennstelle sind, die wir in der Rennstelle sind. Wir haben ja pro Seite Zusätzlich haben wir Hier ist jetzt die Festeraufbau Der einzige Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020